Ja, wie geil ist das? Wir schauen, satter Hugo, da wird mir warm ums Herz. Hugo, wenn ich sehe, dass du ein neues Video rausgebracht hast, wird mir auch immer warm ums Herz. Kuss. Rennt mal Fettsinger. Digga, dieses Schachttemnü, es ist so kurz. Was läuft, was läuft? Willkommen zum nächsten Video. Hast du die Ansage von Fritz Meinicke an Reaction-Streamer gesehen für dieses Projekt? Live von einem Streamer in der Nacht fällt. Hallo Miki, hast du das mit Fritz Meinicke und dem Video gehört? Hey Miki, hier ist neuer Zuschauer. Hast du das mit Fritz Meinicke? Hast du das schon mitbekommen mit dem Video mit Fritz Meinicke? Du Miki, hallo? Hast du das schon mitbekommen mit dem Video? Miki, hallo. Hier seht ihr die Menschenmenge? Es ist aber so, einfach, einfach Twitch-Chat. Einfach Twitch-Chat. Eins zu eins. Ey Jungs, brennt es, Boy? Ey, die Zigaretten ausmachen! Jungs, brennt es! Ja, brennt. Boah, du hast dich umgebracht. Nein, du sch***. Doch, du hast dich umgebracht. Hab ich dich umgebracht? Ey, du Spitziger. Ey Jungs, tut mir leid, ja. Die haben gesagt, dass du brennt. Knossels neue Würfelpack-Gang. Das seh ich. Versteht ihr das? Die ganze Würfelpack, die ganze Gwammern ziehen mit uns. Und die neue Gang, komm her, die Raute. Die Krips. Wir machen euch alle kaputt, Junge. Sascha, du doch. Kaputt, Junge. Und alle so. Das höre ich. Du gehörst auch mit dazu. Ich habe Jetfliegen nie gelernt, oder? Also ich stürze direkt ab, wie Commander Kriegers Lykke-Karriere. Oha. So, ich bin der mit 13er. Warum nicht? Du hast genug Essen. Er nimmt einfach alles runter. Er hätte doch einfach direkt ein Worstbrötchen bestellen können. Man kann ohne Essen irgendwie 5,5 Stunden überleben. Ne, eigentlich 30 Tage. Bist du bescheuert, oder was, Alter? Ich will selber mitraten. Findernd, du scho. Dumm. Einfach dumm. Ja, ja, jetzt kommt wieder Fake und so. Komm, weiter. Du verblödest ja bei dem Zeug. Du wirst ja blöd einfach. Du verblödest. Ich halte mich zurück, Chad. Ich halte mich zurück. Ich sage extra gar nichts. Weil ich habe auch schon mal so einen Flaggenquiz on-stream gemacht. Ich habe auch schon mal einen Fahrschultest, also Führerscheintest on-stream gemacht. Schwierig. Kleiner Tipp, wenn ihr Streamer seid, das sind die Sachen, die ihr nicht on-stream macht. Don't do it. Don't. Ihr könnt halt nur, ihr könnt halt nur als dumm da rausgehen. Selbst wenn ihr alles richtig macht, außer eine Frage falsch. You're stupid. Hintergrund für Fortnite. Wie unsatisfying. Das ist aber echt geil. Das finde ich aber echt geil, das Video. Ich hätte auch Münster gesagt. Ja, 50-50 Shocks, ne? Ich habe drei gehörten Zellen und da verbrauche ich zwei zum Atmen und mit einer trinkt nicht mehr Pullen. Du weißt, dass du nur einig bekommst, aber wenn du keine Krankheit erkältig bist, aber lass erst mal schnell Papa selber aufessen. Ui. Okay, jetzt aber. Ui. Tja, wenn meine E-Mods bei Monster nicht gebannt, würde ich das wahrscheinlich lustig finden. Es ist alles nass. Was? Warte. Entschuldigung. Ups. Du bist zu laut. Mann, du bist zu laut. Mann, du bist zu laut. Du bist zu laut. Hör mal. Guck mal. Mann, jetzt geht doch einfach an die Abwehrfieber spielen. Hör jetzt gerade richtig sauer. Gib mir jetzt in die Nackenschelle. Schrei ich dich an. Zu du, als würdest du vorbeigehen in den Kühlschrank. Und dann gib mir in die Nackenschelle. Geh einfach vorbei und tue du, als wenn du in die Kühlschrank gehst, dann lass das. Warum denn? Warum? Warum denn? Warum denn? Warum? Warum? Warum in der Nackenschelle, Bro, warum? Das war eine normale Nackenschelle. Die war nicht mal hart. Okay, war nicht hart. Jetzt streiten sie sich. Wer war das? Wer war das? Wer war das? Wer macht das? Das ist doch Scheiße. Ich habe alles verloren. Ich habe alles verloren. Hendrikus. Ich glaube nicht. Was? Was? Hat der gesagt? Fickt euch mal, Jungs. Was geht hier ab? Wie geil ist das? Was? Was passiert da? Ganz weird. Ganz weird. Wir müssen dich jetzt leider erstmal für eine Woche bandeln, damit du Bescheid weißt. Ja? Wirklich jetzt? Was ist das? Das allerletzte bist du! Das haben die nicht getan. Die haben nicht Freund gegendert. Freundinnen. Jetzt habe ich alles gesehen. Ich habe das noch nie gesehen, das Wort. Ich komme nicht klar auf mein Leben, was ist passiert. Soldatin. Fahrerin. Was ist das für ein Zeug? Ganz normale Zigarette. Die war nicht mein Kaliber, glaube ich. Die schreien immer mehr. Ja, ich muss gleich offline gehen. Was ist denn das für eine Party, die ihr hier feiert? Achter, der Geburtstag. Achter, der Geburtstag. Achter, der Geburtstag. Oh mein Gott. Achter, der Geburtstag. Was? Hä? Ich finde die Lache von Gigant oder Gigant. Gigant. Ich weiß jetzt nicht, wie der heißt. Ich finde die so göttlich. Die ist so witzig. Wenn er lacht, dann wird einem einfach warm ums Herz. Ich weiß immer noch nicht, wie die... Ja, ich würde schon sagen... Gigant? Nicht Gigant. Gigant, oder? Gigant. Gigant, I guess. Ich weiß auch nicht, wie man den Namen ausspricht, aber bei mir weiß auch keiner. Deswegen ist es okay, I guess. Oder wirklich Gigant. Gigant? Gigant ist schon richtig? Echt? Da brauchen wir euch. Heute ist Taktik angesagt. 4-3-3. Auf dem Ball geht nach vorne. Ich bin noch selber der Motivationscoach. Sven, man spricht mich Sven aus. Sven Knutscher. Ihr seid nicht mit in einer Verwandt oder so, oder? Wir sind nicht mit in einer Verwandt. Warte und so. Einmal an den kleinen Charak, der sich verlaufen hat. Der kleine Charak, bitte zur Kasse. Sollen wir denn zu Kasse 1, Dankeschön. Fahren Sie einmal in die Hügel. Dann kriegen Sie auch mal 500 Austrofs. Ich glaube nicht. Okay, Wahnsinn. Koti Gunaguna. 500. Oh, 94. Oh, keine Stau. Hoffentlich gehen die Airbags auf. Hoffentlich gehen die Airbags auf. Hoffentlich gehen die Airbags auf. No, nicht auch noch ins Wasser. I'm under the water. Nice one. Good one. Good one. Hugo, auch da wieder ein sehr gutes Video. War echt lustig. War sehr humorvoll. Gute Clips wurden ausgewählt. Die wurden gut in Szene gesetzt. Aneinandergecuttet. Gute Hintergrundmusik da. Nice edits. Rock. 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 Rock.